Und Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist jetzt live bei uns im ZIP2-Studio zu Gast. Guten Abend. Guten Abend. Herr Bundespräsident, als Sie das sogenannte Ibiza-Video das erste Mal gesehen haben, war Ihnen da klar, dass die Bundesregierung diese Affäre nicht überleben wird? Es war schon schockierend. Und ich glaube, ich habe dann gesagt, angesichts dieses Videos kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Was dann genau passieren wird, das weiß man natürlich nach einer halben Stunde. Fernsehen noch nicht. Aber dass etwas passieren wird, das war klar. Sie wissen natürlich, was am Tag danach passiert ist, ganz genau. Wir wissen das nicht so genau, weil es gibt zwei Versionen von diesem Tag. Die eine stammt von der ÖVP, die andere von der FPÖ. Die Freiheitlichen sagen, die ÖVP hätte weitergemacht mit der FPÖ, wenn denn nur Innenminister Kickl abgezogen worden wäre aus der Regierung. Die ÖVP sagt, das ist nicht richtig. Was stimmt nun? Das müssen Sie, Sebastian Kurz, sagen. Haben wir alle schon gefragt. Da haben wir diese beiden Versionen bekommen. Weil ich war nicht dabei in den Gesprächen zwischen ÖVP und FPÖ. Ich glaube, klar war, dass der damalige Vizekanzler Strache und der damalige Klubobmann der FPÖ, Gudenus, diese Art von Video politisch nicht überstehen können. Das war klar. Was das dann bedeutet für den Fortbestand der Regierung, das war am Vormittag noch nicht klar. Aber im Laufe des Tages hat sich herausgestellt, Neuwahlen sind die richtige Antwort. Hätten Sie zugelassen, dass Herbert Kickl Innenminister bleibt? Unter diesen, ja, zugelassen. Sie müssen auch die Kompetenzen des Bundespräsidenten im Auge behalten. Der Bundespräsident kann von sich aus keinen Minister entlassen. Aber Ihre Stimme hat Gewicht. Er braucht, meine Stimme hat ein bestimmtes Gewicht. Aber die Vorgangsweise ist trotzdem in solchen Fällen, der Bundeskanzler muss den Vorschlag machen, einen Minister zu entlassen. Und ich kann diesen Vorschlag als Bundespräsident annehmen oder ablehnen. In dem Fall habe ich ihn angenommen. Sebastian Kurz hat an diesem Abend gesagt, genug ist genug. War das auch Ihre Meinung? Haben auch Sie gefunden, diese Regierung sollte so nicht mehr weitermachen? Durchaus. Jetzt hat der ÖVP-Obmann kurz, kürzlich in einem Interview mit Puls 4 gesagt, er möchte das nicht mehr, dass Herbert Kickl wieder Innenminister wird. Und er kann sich auch nicht vorstellen, dass Sie ihn noch einmal angeloben würden. Hat er recht? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein designierter Bundeskanzler Kurz, der mir ja die Entlassung von Herbert Kickl als Innenminister vorgeschlagen hat, eben diesen Herbert Kickl mir wieder vorschlagen wird als Innenminister. Aber viele können sich auch nicht vorstellen, dass diese Parteien überhaupt wieder miteinander arbeiten. Also die Frage ist, würde es an Ihnen scheitern? Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es tatsächlich so käme, würde das an mir scheitern. Überhaupt, Herbert Kickl als Minister oder nur im Innenministerium? Das lassen wir jetzt einmal dahingestellt. Sie sind noch drei Monate bis zur Wahl, weiß der Guckuck, was danach herauskommt. Gehen wir einen Schritt weiter in der Chronologie der letzten Monate. Kommen wir zu dieser Abwahl der Bundesregierung. Ein singulärer Vorgang in der Zweiten Republik. Der Vorschlag und diese Handlungsweise wurde vielfach kritisiert, nicht nur in der Politik, sondern auch von Beobachtern. Ist das eine Kritik, die Sie nachvollziehen können oder vielleicht sogar teilen? Ich war lange Zeit Parlamentarier und ich war sehr gerne Parlamentarier. Ich hätte zu meiner Zeit auch gerne einmal erlebt, dass ein Misstrauensantrag, der jetzt aus Sicht der Opposition, und ich war damals in der Opposition im Nationalrat, berechtigt war, dass ein Misstrauensvotum einmal durchgeht. Insofern ist es in einer Demokratie, in einer parlamentarischen Demokratie ein durchaus normaler Vorgang. Was jetzt inhaltlich dahinter gestanden ist, darüber kann man jetzt lang diskutieren, man hätte vielleicht besser begründen können, warum das gegen die ganze Bundesregierung geht. Es waren ja immerhin vier Minister, eine darunter, ich denke, muss ich schon nachdenken, eine Ministerin von den Vieren, waren ja erst eine Woche im Amt. Also die sind halt dann erfasst worden von der Lawine dieses Votums. Aber das Unbehagen der Abgewählten, das können Sie schon nachvollziehen? Na, wer wird schon gerne abgewählt? Natürlich waren die unbehaglich, das ist schon klar. Aber aus der Sicht der Parlamentsparteien war das ein legitimer Vorgang, den ich nicht zu kritisieren habe, sondern ich als Bundespräsident muss die Konsequenzen daraus ziehen. Und die Konsequenz war in diesem Fall, die von dem Misstranspotum belegte Bundesregierung abzuberufen, einerseits, gleichzeitig aber mit der Fortführung der Geschäfte für einige Zeit zu betrauen, weil irgendeine Bundesregierung muss jede Minute, jede Sekunde im Amt sein. Jetzt haben Sie gerade das Gewicht des Parlaments erwähnt. Sie waren ja selbst Parlamentarier, Sie waren Klubobmann einer Oppositionspartei. Da ist natürlich dieses Spiel der freien Kräfte, über das immer gesprochen wird, sehr, sehr wichtig. Ein anderer Kritikpunkt, der genau aus dieser Phase rührt, der bezieht sich auf ÖVP-Obmann Sebastian Kurz, der als Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl angetreten ist und dann gesagt hat, er wird sein Nationalratsmandat nach der Abwahl als Bundeskanzler nicht annehmen, anders etwa als Norbert Hofer. Können Sie diese Kritik am ehemaligen Bundeskanzler nachvollziehen? Ist das eine Missachtung des Parlaments? Nachvollziehen kann ich die Kritik durchaus, aber bitte erwarten Sie von mir nicht, dass ich Sie jetzt öffentlich unterstütze, diese Kritik, sondern man kann das nachvollziehen. Ich kann auch die Argumente von Sebastian Kurz nachvollziehen, dass er genau das, was Sie beschrieben haben, nicht getan hat. Gut, das sind nicht Ihre Entscheidungen, deshalb äußern Sie sich jetzt vorsichtig. Wo Sie aber sehr wohl entschieden haben, das war dann danach die Wahl der Bundeskanzlerin. Sie wollten Brigitte Bierlein haben. Sie selbst war hier im Studio, hat gesagt, sie hat nicht lange Zeit gehabt nachzudenken. Warum haben Sie diese Wahl getroffen? Wieso wollten Sie, dass Brigitte Bierlein Bundeskanzlerin wird? Es hat eine Vorgeschichte. Das Misstransvotum war ja vorauszusehen. Unklar war die längste Zeit, geht es nur gegen Sebastian Kurz als Bundeskanzler oder gegen einen Teil der Regierung oder die gesamte Regierung. Wir haben uns für alle diese Fälle versucht vorzubereiten in der Hofburg. Nachdem das Misstransvotum durch war, habe ich mit allen Parlamentsfraktionen beziehungsweise Klubaubleuten, Parteichefs, Chefinnen Kontakt aufgenommen. Und es war sehr rasch klar, ich muss eine Entscheidung treffen für eine bestimmte Person als Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, Weil zu erwarten, dass wir hier einen Konsens finden zwischen SPÖ, ÖVP und FPÖ ist vollkommen unrealistisch. Dann haben wir überlegt, wer könnte das sein? Und natürlich hat eine Rolle gespielt, wäre schön, einmal eine Frau als erste Bundeskanzlerin der Republik zu haben. Zweite Überlegung, wer käme in Frage? Nun jemand, der sich in der österreichischen Bundesverfassung sehr gut auskennt. Und wer kennt sich besser aus als die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes? Die Präsidentin zu dem Zeitpunkt war eben Frau Dr. Bierlein. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich das vorstellen kann. Und ich muss schon sagen, höchsten Respekt, weil einfach Zusagen für so eine neue Rolle, sie ist eine hervorragende Juristin, aber sie war nie politisch tätig im engeren Sinn. Das ist schon ein Risiko. Und diese Verantwortung zu übernehmen, wenn auch für eine relativ überschaubare Zeit, das rechne ich ja wirklich hoch an. Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, Politik versus Experten. Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit dieser Bundesregierung ist, wie man den Umfragen entnehmen kann, sehr, sehr hoch. Besteht aber beim derzeitigen Zustand des Landes, in dem es um Verwaltung geht und eben nicht um Gestaltung, nicht die Gefahr, dass sich die Menschen zunehmend denken, aber was soll so bleiben, wofür überhaupt noch wählen, wofür brauchen Politiker? Ist das nicht sehr gefährlich? Aber das glaube ich nicht, dass es so weit kommt. Die gegenwärtige Bundesregierung wird zurückhaltend sein in Gesetzesvorschlägen. Warum? Naja, weil sie keine automatische Mehrheit im Parlament hat. Sie müsste sich mit verschiedenen Fraktionen zusammensetzen und überlegen, was zu tun ist. Und das Zweite ist, auch innerhalb der Bundesregierung sind ja verschiedene Parteien, direkt oder indirekt, durch Affinität vertreten. Und einige Personen sind, wie soll ich sagen, politisch neutral. Ich habe sie jedenfalls nicht gefragt, ob sie einer politischen Partei angehören. Also trotzdem ist die Bundesregierung, die jetzt im Amt ist, eine normale Bundesregierung mit allen Rechten und Pflichten. Also es kann schon sein, dass sie mal eine Initiative ergreift. Wir sollen aber nicht so tun, als ob Verwaltung etwas Unwichtiges wäre. Die Finanzverwaltung muss funktionieren, die Justizverwaltung, die Polizei, die Wildbach-Verbauung, was weiß ich. Das muss alles funktionieren und das muss ein zuständiger Minister garantieren. Ist klar, aber es läuft jetzt alles in sehr ruhigen Gewässern und ideologiefrei, kann man sagen, von Seiten der Bundesregierung. Das sehen viele als Vorteil. Aber wenn man jetzt Sie fragen würde, und ich frage Sie jetzt einfach, wofür braucht man Politik und wofür braucht man Ideologien? Nicht alle beschäftigen sich so differenziert damit. Was ist denn Ihre Antwort? Weil wir nicht immer auf dem gegenwärtigen Zustand, gegenwärtigen Stand der Gesetze beharren können. Ich meine, die Welt verändert sich und wir müssen entsprechende Maßnahmen treffen. Klimakrise, Klimawandel ist ein typisches Beispiel, wurde bisher von den meisten Staaten schon ernst, aber nicht ernst genug genommen. Und jetzt im Jahr 2019 stellt sich heraus, es ist jetzt aber wirklich höchste Zeit, etwas zu unternehmen. Und dafür braucht es unter anderem eine Bundesregierung, die entsprechende Gesetze vorbereitet, dem Parlament vorschlägt, die dann beschlossen werden und so weiter. Und das allein wird eh nicht genügen, da muss schon die gesamte Bevölkerung auch mittun. Und trotzdem, Bundesregierung muss sein, wir brauchen hin und wieder ein neues Gesetz. Wir können nicht einfach so tun, als würde man dann auf dem alten Fundus sozusagen jetzt ein, zwei, fünf Jahre damit weiterleben. Das ist unmöglich. Derzeit findet Politik natürlich trotzdem statt. Es werden Beschlüsse gefasst im Parlament, in diesem vorhin schon zitierten Spiel der freien Kräfte. Was ist das für Sie? Ist das eine lebendige, gelebte Demokratie? Oder werden da nicht durchaus auch alte Rechnungen zwischen Parteien beglichen? Und das könnte wieder dazu führen, dass wir im September oder Oktober mit einer sehr langen Rechnung aus diesen Wochen herauskommen. Ja, und ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Risiko besteht. Derzeit liegen im Parlament, hat mir heute Parlamentspräsident Sobotka mitgeteilt, rund 30, 35 sogenannte Fristsetzungsanträge. Das heißt, Absichtserklärungen, das bis zum Wahltag noch im Parlament zu beschließen. Einiges davon kostet so gut wie nichts. Andere sind durchaus kostspielig. Und wenn es irgendwie geht, möchte ich eine Erfahrung, die ich persönlich auch gemacht habe, nicht wiederholen. Im Jahr 2008 damals? Das war das Jahr 2008. Ist mir durchaus in brennender Erinnerung. Am Donnerstag vor dem Wahlsonntag noch eine Parlamentssitzung, in dem ein Vorschlag nach dem anderen, ich will nicht sagen durchgewinkt, aber doch nicht mit der Sorgfalt geprüft wurde, die notwendig gewesen wäre. Und das hat sich auf einige Milliarden summiert. Das allein ist das größte Problem. Aber ärgerlich war auch, wie schwierig es ist, in so einer Situation drei Tage vor der Wahl gegen Gesetzesvorschläge zu stimmen, die vielleicht ihre eigenen Wähler, auch in meinem Fall, betreffen könnten. Und sie müssen praktisch zustimmen, obwohl sie glauben, dass die Maßnahme jetzt nicht richtig ist. Also es sind ganz heikle Situationen und ich kann die Abgeordneten gut verstehen, wenn sie keine andere Möglichkeit sehen, als jetzt einem bestimmten Vorschlag zuzustimmen. Aber deswegen möchte ich im Vorfeld immer wieder darauf hinweisen, dass das eine heikle Situation ist, wo man mit viel Verantwortungsgefühl reingehen muss. Ich nehme an, dass Sie das nicht nur jetzt hier tun, sondern auch in Zweiergesprächen mit den Parteichiffs. Abschließend möchte ich noch auf den September und die Zeit nach der Wahl blicken. Sie werden nun innerhalb von zwei Jahren wohl die zweite Bundesregierung angeloben. Wenn man nun Ibiza mitdenkt und auch die Tatsache, dass auch Sie Vizekanzler Strache für einen geeigneten Vizekanzler gehalten haben, haben Sie sich vorgenommen, dass Sie die Mitglieder der neuen Bundesregierung anders prüfen werden oder anders mit diesen Persönlichkeiten umgehen, damit Sie nicht Menschen angeloben, von denen Sie dann nachher sagen, die möchte ich eigentlich nicht mehr in einer Bundesregierung sehen? Wir hatten übrigens in den 17 Tagen zwischen dem Donnerstag vor dem Video, Freitag, den 17. Mai war das, glaube ich, unter Angelobung der jetzigen Bundesregierung vier Bundesregierungen. Wir haben das überstanden. Das geht schon mit ein bisschen Optimismus und Zuversicht und natürlich einen entsprechenden Einsatz für die richtigen Lösungen geht das schon. Wir werden ab dem 30. September, wenn das Wahlergebnis feststeht, das übliche Prozedere haben. Wir werden sehen, welche Parlamentsfraktionen miteinander verhandeln, miteinander können. Ich werbe dafür, zerschlagt bitte nicht zu viel Porzellan vorher. Die Dialogfähigkeit für nachher, nach dem 29. September, soll möglichst erhalten bleiben. Aber ich habe mir auch vorgenommen, um auf Ihre Frage genauer einzugehen, ich habe mir auch vorgenommen, das Regierungsprogramm etwas, sagen wir nicht genauer, aber detaillierter anzuschauen als beim letzten Mal, hinsichtlich einiger Punkte, die wichtig, die ich sehr wichtig halte, zum Beispiel den Kampf gegen die Klimakrise und natürlich die handelnden Personen. Hinein, wirklich hineinschauen kann man ja selten in jemanden. Und ich bereue, naja, den Satz nehme ich jetzt zurück, aber nach der Erfahrung von Ende 2017 würde ich mir die handelnden Personen vielleicht noch etwas genauer anschauen. Das heißt, Sie machen sich einen kleinen Vorwurf? Man kann im Leben immer gescheiter werden, auch ich. Herr Bundespräsident, danke fürs Kommen. Danke Ihnen.